so herzlich willkommen erst mal auf meinem kanal heute mal eine runde fatbanker. ich habe gestern so einen leichten schleifschaden am arsch weg geholt im spiel deadboot. aber ich muss dabei sagen war auch selber schuld und war ja eigentlich vorne gewesen und dann habe ich nachher im grunde noch geld verloren. hätte bei dem ich glaube irgendwie 100 euro wenn dann irgendwie plus, hätte da eigentlich feierabend machen müssen. okay dann werde ich doch heute mal ein paar freispiele einkaufen. fatbanker für 30 euro 60. wäre das fatbanker demnächst auch mal eine stufe höher anspielen. oh, 5? jawohl ey, der start. ich grüße euch natürlich erstmal zusammen. so schauen wir mal. übrigens wenn ihr wissen wollt wo ich spiele schaut gerne meine whatsapp gruppe nach. der link ist unter dem video gepostet. schaut da gerne mal rein oder wenn der ein oder andere mit mir das wort mal halten möchte gerne. kein thema. ein vorzüglicher start. und er macht weiter. schön. er rennt gut. habe ich noch nicht gehabt in der ersten runde. schon level 3. aber kein multiplikator. sieht ja super aus. so. bleibt mir da ein bisschen was. natürlich weiter gas geben. jetzt noch 3. komm mach fertig. ne. das ist glaube ich vorbei. ja. sei ganz danach aus. aber ihr seht selber. diese 5 Geldsäcke sind nicht eine garantie für einen riesen gewinn. deswegen wie gesagt vorsichtig sein beim freispiel kaufen. unten gibt es eine option wo man gleich sofort diese 5 Säcke kaufen kann. ich meine die summe müsste ungefähr liegen bei. ich glaube 120 euro oder so was. auf 20 cent einkaufen macht es besser nicht. hier 122,40 euro. habe ich schon mal ausprobiert. ich glaube ein oder zwei mal gab es gleich ein drittes Marsch. ja. so sieht es aus. er muss multiplikator eine rolle spielen. der weitere verlauf hat. dass er dann weiter Säcke rein postet. dann der wagen und so weiter und so fort. ja. manchmal spielt der wagen auch eine ganz starke rolle. wenn er zwei dreimal hintereinander kommt. dann wird man sofort im level gepusht. ich mach mal auf schnell hier weiter die erste runde. so. ja gut. jetzt hat sich da auch noch mal ein bisschen was nachgezogen. schauen wir mal. aber kein multiplikator an bord ey. das hat sich ein bisschen schwach. ja. ja. die Runde ist auch gelutscht. so wie das aussieht. schwacher abgang. obwohl ich muss sagen. gestern das spiel deadwood ist eigentlich sehr gut. also wie gesagt. ich hätte da wirklich aufhören müssen. drei. jo. her wollen wir zwei. dann wird alles anders verlaufen. jetzt. gut. wenn man das macht. das. wird ganz gut in vorlage. hier. naja. und postet weiter gut rein. aber schimmelt das schon wieder rechts ab. oh oh. drei noch hinterher. naja. ja. das sieht ja schon vielversprechend aus. jetzt. position auch noch tutti frutti. ja. das baut natürlich den jack deiner ecke rein. ist ganz klar. ja. ich brauche noch zwei. da bin ich ja schon level 4. aber das wäre natürlich super. jawoll. oh. das sieht vielleicht nach moneten aus. leute. würde ich schön den brandschaden von gestern reparieren. und. jawoll. level 4. jetzt. wenn jetzt ein auto noch reinkommt. dann schippert das richtig. hammer. so. 60 eier rein. hammer. das ist ein geiles spiel ey. fedbanker ist einfach der renner. nur eine frage der zeit. wie einer mal drunter geschrieben hat. wann da auch der hype vorbei ist. aber momentan. geiles spiel. geht kein weg dran vorbei. oh. der könnte ja sogar noch eine runde 5 rein marschieren. dann könnt ihr sogar noch ein tausend auf dem tablet geben. wenn. aber glaube ich jetzt nicht dran. machbar ist alles in dem spiel. habt ihr jetzt gesehen. schöne rutsche ey. hammer. hammer rutsche ey. wasser ein auftakt. oh. ein drauf noch. 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 ein drauf noch ein rein. Steht da scheiße, aber egal. Ich habe noch drei Spiele. Dann die Zigarre reingehauen. Egal. Schöne Rutsche. Echt. Komm, jetzt noch ein. Scheiße. Vielleicht kommt Auto noch jetzt. Ja, komm. Ah, scheiße. Hat er doch nicht mehr gemacht. Oh Mann, das wird dann richtig geknallt. Also wenn der Wagen jetzt noch mal mich ins nächste Level reinbefördert hätte, das wäre natürlich, boah, was für eine geile Rutsche. Also super. Ja Leute, jetzt spiele ich noch ein, zwei Runden, dann ist direkt finito, weil da tue ich mir das nicht nochmal an. Reicht mir auch vollkommen. Ist der Schaden eigentlich von gestern wieder repariert? Der Schleifschaden. Also eine Runde haue ich mir hier noch weg und dann ist gut. Das tue ich mir in der Form nicht an. Oh, das ist aber heute heiß wie eine Bratwurst, was? Hammer, ey. Nochmal fünf Sekunden da, ja. Hammeres Läufe, ey. Ja nun, das müssen wir mal schauen, aber ich glaube, jetzt sieht das nochmal so nachliegt. Jo. Wie gesagt, man muss die 30,60 Euro natürlich abziehen von dem Gewinn gerade, ne? Das war kein Netto-Gewinn. Ganz klar. Schöne Rutsche. Dann noch ziemlich verfrüht, ist auch recht, hm? Dass solche Knaller da reinkommen oder reinmarschieren. Also es ist nach wie vor, es geht kein, es kommt kein Spiel, was annähernd drankommt, muss ich sagen. Und deswegen ist es auch so beliebt. Es ist einfach der Brummer, wirklich im ganzen Netz. Na ja, gut. Also wieder Level 3, aber jetzt wird er wahrscheinlich schlapp machen, denke ich mal. Aber ihr habt doch gerade gesehen, dass der mal zwei Multiplikator auch einiges sogar noch ausmacht. Ja, hier ist Finito, klar. Das war jetzt schon gerade, das war einfach zu stark. Ja. Jedenfalls muss Finito sein. Aber eine Runde werde ich trotzdem noch nachziehen. Aus sicherheitstechnischen Gründen. Der eine oder andere kennt das ja. Ich habe jetzt sowieso auch hier Plus gemacht ein bisschen. Von daher gesehen spielt das jetzt keine Rolle. Ja, mit 30,60 Euro reingegangen. Okay, jetzt geht's los. Letzte Runde. Reicht doch vollkommen. Wie gesagt, ich habe gestern da so einen leichten Schaden an der Foot gehabt. Aber das ist ja dann meistens auch so, wenn man dann wieder unmittelbar danach weiter macht, nach solchen Gewinnen. Ich meine, was soll ich denn jetzt hier noch gewinnen? Auf 20 Cent hier noch 600 oder noch 1000? Klar, das ist vielleicht möglich. Aber ich weiß nicht, ey. Keine Ahnung. Dann mach ich mal lieber hier den Arsch zu erstmal und dann ist gut. Ja. so, okay auch noch alles im grünen Bereich jetzt aber ich denke mal, ich werde da wahrscheinlich nicht mehr viel machen aber ich hatte durchaus schon mal so einen Gab, wo der dann auch noch mal nachgelegt hat aber ich belasse das jetzt erstmal bei diesem Gewinn und weil ich sowieso noch weg muss jawohl, Runde 3 auch nochmal, aber da wird nicht mehr viel abgehen, denke ich mir und ja, war's okay, das war's mal wieder, Leute und wie gesagt, schaut gerne meine WhatsApp-Gruppe nach wenn ihr wissen wollt, wo ich da spiele und so weiter und so fort wünsche euch natürlich im Laufe des Tages auch viel Glück und ja, heute ist das Wetter draußen ein bisschen ja, Wetter hat sich schon leicht abgekühlt und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag zusammen und ciao, Leute so, grüße ich erstmal alle zusammen hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe der Link wird unter dem Video gepostet ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi Tschüssi gegen Untertitelung des ZDF, 2020